das hier ist jetzt echt ein ganz krasses video was ich heute für dich posten werde es sagt total die wahrheit es schaut hinter die kulissen und es legt einiges offen was hier so im hintergrund geplant wird bildet euch eure meinung selbst dazu und wir bekommen auch eine ganz kritische botschaft der sternen wesen am ende des videos und es ist gut dass du heute gerade hier bist wer mich noch nicht kennt mein name ist monika niriana kardinal und ich habe dieses schöne buch geschrieben kosmisches wissen von den pleiaden wenn dich das interessiert der link ist unter dem video ja und jetzt dieses krasse video dass diese krassen dinge die ich euch unbedingt erzählen möchte ich bitte euch als erstes geht nicht in die angst weil angst stärkt die gegenseite und es gibt einfach ein paar dinge die man anschauen sollte die man kennen sollte von denen man wissen sollte um sich vorzubereiten um was dagegen zu tun und das machen wir heute das ist mir sehr wichtig dass ihr das wisst es geht hier um dieses kleine ding da da seht ihr das ist das abzeichen der agenda 20 30 und wenn ihr in zukunft den man seht der sowas hier sich an 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 das revere oder an die bluse dran gemacht hat dann passt einfach auf und guckt mal was ihr davon haltet von diesen menschen so jetzt möchte ich noch bevor ich anfange noch was sagen ich kann hier auf youtube nicht so frei sprechen wie es gerne möchte deswegen habe ich noch ein video gemacht zu dem gleichen thema wo ich dann wirklich offen ausspreche um was es tatsächlich geht wer sich dafür interessiert der darf das dann auf smarana tv sich anhören und wer noch mehr wissen möchte oder noch mehr infos von uns möchte der darf sich zum newsletter anmelden denn dort werden wir immer wieder dinge posten die ganz wichtig sind in der heutigen zeit zu wissen ihr geht einfach unten habe ich den link reingemacht von der webseite geht auf die webseite und scrollt weiter nach unten dort könnt ihr euch anmelden auf dem button zum newsletter anmelden und dann bekommt ihr eine e mail die müsst ihr noch bestätigen wenn ihr den newsletter erhalten möchtet sonst werdet ihr es nicht bekommen also zwei schritte sind zu tun ihr lieben so und jetzt die agenda 20 30 die hat insgesamt 17 punkte die bis 20 30 verwirklicht werden sollen es wurde schon lange angekündigt und es ist seit 2015 vorbereitet und greift jetzt so richtig erst mal seit 2020 bei uns über die corona angst und jetzt zusätzlich über die kriegsgeschehnisse da sehen wir dass irgendwas nicht stimmt dass unsere politiker ob die man stellt sich die frage machen die wirklich alles für unser wohl also diese frage dürfte euch gerne mal stellen und dann darf man die auch hinterfragen und das habe ich getan und deswegen bin ich heute hier für euch ich werde nicht natürlich nicht alle 17 punkte besprechen sondern das was mir gerade so sehr aufgefallen ist das ist dieser social score das ist ein bewertungssystem was wahrscheinlich geplant ist und in diesem bewertungssystem bewerten sich die menschen gegenseitig also nicht so wie wir es kennen dass man eine firma bewertet sagt die liefern schnell die haben eine gute qualität und so weiter sondern dass sich die menschen gegenseitig bewerten und dadurch diese ganze einheit kaputt geht weil die menschen alle gegeneinander sind oder oberflächlich sind oberflächlich nach außen einen guten eindruck machen möchten nur um gute punkte zu bekommen also nicht ein diese gespräche die wir so haben die so tief gehen in die seele die so ehrlich sind diese gespräche die können da nicht mehr stattfinden das heißt also und dann ist es ja auch so wer ganz viele gute bewertungen hat der hat viele rechte und sonderrechte der darf zum beispiel immer in urlaub fahren der darf alle verkehrsmittel nutzen der darf ein auto haben der darf ein handy haben der darf ein bankkonto haben all solche dinge könnte ich mir vorstellen und diejenigen die kaum oder die viele schlechte bewertungen haben eben die haben die dürfen vielleicht sogar nicht mal mehr mit dem bus fahren oder dürfen auch nicht in den läden einkaufen wo sie gerne einkaufen möchten und dürfen vielleicht auch nur im monat so und so viel an einkäufen tätigen bestimmte lebensmittel und solche dinge also letztendlich eine ganz krasse überwachung ein ganz krasses überwachungssystem was hier geschieht und das ist also für mich total menschenunwürdig das kann es nicht sein dass jetzt jemand über uns bestimmt und uns sagt du darfst dies du darfst jenes und du darfst gar nichts zum beispiel ja in china ist es übrigens seit 2020 schon so weit dass die das dort ausprobieren also es ist jetzt nicht so sehr aus der luft gegriffen sondern es wird tatsächlich schon dort probiert und wenn ihr euch überlegt da die hatten ja auch schon diese dieses maskensystem schon viel länger und die sind daran gewöhnt vielleicht geht es dort leichter durchzusetzen als wie bei uns möglicherweise auf jeden fall haben wir gelernt die fangen mit kleinen dingen an bei uns war es ja so man durfte am anfang sogar noch sich einen schal oder ein halstuch vor den mund machen und dann durfte man damit einkaufen es wurde empfohlen und dann sind die zügel immer strenger geworden bis zu dieser pflicht bis es zu der pflicht kam wo man dann ohne maske nirgendwo mehr hin durfte jetzt ist ja wieder anders aber ich sage nur das ist ein beispiel sie versuchen mit kleinen dingen zu testen inwieweit kann ich die menschen beeinflussen um dann das große ziel durchsetzen zu können und leider sind wir gerade in so einer ganz großen angstphase wo wo es das leichter möglich macht als sonst schaut euch mal diese kriegsenergien an was gerade alles so geschieht und es geschieht wirklich schreckliches schreckliches unglaubliches und was hier dann über dieses schreckliche mit uns in deutschland geschieht mit unserer wirtschaft das hat einen plan da ist ein plan dahinter man sagt immer die entscheidungen die verstehen wir nicht die hier in der politik getroffen werden ich verstehe sie nicht aber ich werde dir in dem anderen video erklären um was es da tatsächlich geht das kann ich jetzt hier nicht sagen auf jeden fall könnte ich euch jetzt von mir selbst erzählen ich hatte mal eine firma gehabt mit insgesamt 1000 beschäftigen das ist jetzt schon wirklich lange her und einen kleinen teil davon auch in deutschland gehabt von diesen beschäftigten und diese firma ist konkurs gegangen die ist in insolvenz gegangen weil damals es war an der bekleidungsindustrie weil damals plötzlich die einfuhr von china erlaubt war und dann kamen alles billige kleider klamotten nach deutschland überall hin und wir konnten dann die löhne für unsere beschäftigten nicht mehr bezahlen mit den preisen die wir auf dem markt erreichen konnten weil die waren so niedrig das ging einfach nicht und dann sind wir daran kaputt gegangen also ich habe so eine situation schon mal erlebt wollte ich damit sagen weil jetzt gibt es ist es ja auch so dass viele firmen echt große probleme haben wegen den erhöhten kosten wegen den energiekosten und der politik und es sind wirklich schlimme zeiten in denen man echt in die verzweiflung kommen kann ich weiß es ich habe es alles durchgemacht und wenn ich daran denke ich hatte damals ich wusste nicht wie es weitergehen soll ich hatte keine idee ich hatte keine perspektive ich hatte zwei kinder war geschieden und die firma war dann konkurs war ganz schlimm ich habe das auch im anderen video schon mal erzählt auf jeden fall gibt es immer einen weg ich möchte jetzt den menschen die sich in so einer situation befinden hoffnung zu sprechen es gibt immer wieder einen weg wie es weitergehen kann und wenn wir zusammenhalten uns gegenseitig unterstützen ist das auch möglich und das ist das wichtigste von allem dass wir uns immer wieder gegenseitig unterstützen und das licht aufhalten und aus der angst rausgehen das sagt auch die geistige welt dass wir unbedingt aus der angst rausgehen sollen denn die gegenseite ernährt sich ja von der angst das wird auch noch in diesem kritischen video bestimmt gesagt denn das wiederholen die lichten wesen immer wieder damit wir das verstehen und letztendlich wenn man jetzt diese dinge weiß und vermutet hinter diesen punkten diesen 17 punkten die hier so schön angeprangert werden die so schön dargestellt werden ich habe einen link unter dem video wo ihr das auch nachlesen könnt das hört sich wirklich toll an du denkst oh wow es wird was für uns getan zum beispiel gibt es auch einen punkt der ich weiß nicht genau wer jetzt heißt da geht es darum dass jeder mensch genügend geld hätte ja genügend das für ihn gesorgt ist ja gut das finde ich richtig toll aber wenn du dir überlegst jetzt hier in deutschland werden die menschen immer ärmer und kommen kommen und durch die hohen preise die können das ja gar nicht mehr bezahlen wir alle wie soll denn das weitergehen wie es wenn wenn es die regierung nicht schafft hier für uns das uns zu retten und dann wollen sie noch die ganze welt retten also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen und jetzt der digitale euro der soll ja kommen den haben sie ja sich einfach beschlossen seit 2015 und den möchten sie unbedingt durchsetzen wenn wir nur noch digital bezahlen also nur noch mit karten wir sind so kontrollierbar wir können nichts mehr machen wir können nicht mal jemand 20 euro schenken zum geburtstag oder so das geht dann alles nicht mehr du bist vollkommen gläsern der gläserne mensch aber wie ja und das heißt totale kontrolle nichts ist mehr möglich und ich werde in dem anderen video auch noch sagen was ihr wie man sich dagegen ein bisschen wehren kann auf jeden fall es ist also an uns das licht noch mehr zu stärken es ist an uns diese kraft die wir jetzt noch von der geistigen welt in meinem letzten video habe ich euch ja erzählt dass wir bis ende november ganz viel unterstützung bekommen die sollten wir nutzen um uns zu stärken um dann noch mehr ins erwachen hinein zu kommen das erwachen das ist wichtig für uns und die gegenseite hat angst vor erwachten menschen weil die eben erwachte menschen haben keine angst das ist der punkt und deswegen lege ich euch auch nahe wenn euch dieses video gefällt und ihr es wichtig findet teilt das video liked es und schreibt mir eure meinung eure kommentare unten drunter damit youtube merkt vom algorithmus dass es wichtig ist und dass es dann auch noch mehr gezeigt wird ja und jetzt möchte ich gerne noch auf etwas darauf hinweisen wir haben letztendlich sagt die geistige welt wir tragen alles in uns was wir brauchen und das ist zum beispiel unsere eigene kraft unser eigenes wissen und die quantenverschränkung jeder der sich mit spiritualität befasst ist in diesem thema drin ob er es möchte oder nicht und eigentlich die anderen auch aber sie haben die sind da noch nicht so weit ich will nur sagen mit den techniken der quantenverschränkung könnten wir wenn wir es alle zusammen nutzen würden sofort alles ändern und dieses werkzeug ist uns gegeben ist bei uns wir sollten es nur nutzen und ich erkläre das in meinen webinaren ganz genau wie das geht und wie man das einsetzt und ich wünsche mir so sehr dass diese technik alle menschen beherrschen und dann haben wir mit einem fingerschnips sofort alles geändert die geistige welt sagt auch noch das licht hat gesiegt aber wir müssen uns weiterentwickeln und das licht immer weiter stärken das dürfen wir nicht vergessen denn die dunkle seite die hat ja immer wieder neue ideen wie sie uns in die angst versetzen können und deswegen müssen wir immer weiter die das licht stärken es ist so wichtig also es reicht auch nicht zu versagen zu sagen ich vertraue sondern es fehlt dann noch der zweite schritt der aktivität das ist wichtig das sollte ich euch sagen und wir werden jetzt gleich auch diese ganz direkte botschaft hören und zwar wird diese botschaft kommen von den sieben kommandeuren der friedensflotte der sieben kosmischen schwestern da freue ich mich sowas von drauf weil diese botschaft ist etwas ganz besonderes und ich habe diese sieben zusammen noch nie gechannelt und das wird heute das erste mal sein also schön dass du da bist und wir dies zusammen genießen können gleich und jetzt würde ich mich auch schon einstimmen ich nutze hier das aura spray der sieben schwestern da ist die aquajana drauf und wünsche euch gleich ganz viel freude geliebte menschen der erde wir sind die sieben kommandeure der friedensflotte der sieben kosmischen schwestern und wir begrüßen euch voller liebe und achtsamkeit mit dem segen des lichtes liebe menschen wir möchten euch sagen wir sind so stolz auf euch denn viele von euch haben bereits geschärfte sinne und verstehen was im außen vor sich geht viele von euch nehmen jetzt neue informationen auf und sind bereit in neue bewusstseinsebenen vorzudringen aber in dieser botschaft möchten wir euch auch vorbereiten und warnen dass die neue weltordnung von der die gegenseite spricht nicht das ist was euch versprochen wird wir sind uns sicher dass die neue weltordnung nur ein neues gefängnis für die menschen sein wird in welchem sie noch mehr unterdrückt und kontrolliert werden diese neue weltordnung ist nichts anderes als ein versuch der dunklen seite die menschheit zu unterwerfen um sie noch besser kontrollieren und ausnutzen zu können lasst euch nicht von den falschen versprechungen der dunklen seite täuschen sie möchten unbedingt euer bewusstsein manipulieren damit ihr nicht erwachen könnt denn sie haben angst vor erwachten menschen weil sie über diese keine kontrolle haben sie haben große angst dass immer mehr menschen aufwachen und ihre machenschaften durchschauen denn dann wären sie verloren und müssten sich um ihr karma kümmern bitte nehmt diese botschaft ernst und stärkt das licht erwachet alle bevor es zu spät ist wir wissen dass viele von euch bereits erwacht sind und wir wissen auch dass es immer neue erwachensschritte geht die ihr gehen werdet wir sind sehr stolz auf euch und wir senden euch unsere liebe und unser licht wir werden euch so gut helfen wie wir können und wir vertrauen auf euer potenzial denn ihr seid stark und mächtig genug um diese weltordnung in das licht und in die liebe zu führen und wir sind auch sicher dass immer mehr menschen aufwachen werden und erkennen was vor sich geht dennoch rufen wir im namen aller sternen freunde alle menschen auf zu verhindern was hier geplant ist wir rufen euch auf euch zu erheben und für eure freiheit und die freiheit aller anderen menschen auf der erde einzustehen wir wissen dass er dies schaffen könnt weil ihr stark und mutig seid ihr habt so viel kraft in euch mehr als ihr euch vorstellen könnt also werdet aktiv und nehmt euer schicksal selbst in die hand wir glauben an euch wir lieben euch sehr und sind bei euch doch den weg des erwachens den müsst ihr alleine gehen den können wir euch nicht abnehmen denn ihr tragt die entscheidung des freien willens und so gibt es noch auf der erde etwas wichtiges was ihr wissen solltet es gibt hybrid wesen die halb reptil und halb menschen sind sie nehmen bereits seit langer zeit an den regierungen der welt teil und beeinflussen die politik für niedere zwecke sie wollen dass ihr in angst lebt weil angst die stärkste energie ist die es gibt und sie sich von dieser energie ernähren es ist die stärkste energie der negativen seite und wenn ihr jetzt keine angst mehr hätte hätten sie nichts mehr zu essen denn sie ernähren sich von dieser energie und sie würden von dannen ziehen aber solange er angst habt werden sie hier auf der erde bleiben und euch weiterhin ausnutzen wir warnen euch vehement vor diesem wesen denn sie schaden euch nur sie sind es die im verborgenen die neue weltordnung vorbereiten sie sind es die euch manipulieren und unterdrücken möchten sie sind überall in eurer gesellschaft verteilt und beeinflussen das geschehen auf der erde und wir sagen euch eindringlich wert euch gegen diese wesen und sichert eure macht sie werden immer wieder versuchen euch vom aufwachen abzutrennen und eure ganze kraft nehmen also nehmt jetzt die chance war eure seele beim erwachen zu unterstützen und befreit euch denn ihr seid nicht nur körper sondern auch seelen mit unendlicher kraft und macht ihr könnt alles schaffen wenn ihr es nur wollt und an euch glaubt erhebt euch aus euren komfortzonen und erkennt eure wahre macht jetzt müssen die taten folgen ihr seid stark mutig und ihr könnt euer schicksal selbst bestimmen wir die sternen wesen stehen hinter euch und senden euch unsere liebe und unser licht nutzt diese zeit der wandlung für das licht und lasst euch nicht hinter das licht führen ihr könnt alles noch zum guten wenden wir rufen euch alle auf für das licht der wahrheit einzustehen und wir werden euch unterstützen so gut wir können aber es ist eure aufgabe selbst ins erwachen zu gehen und die neue weltordnung zu verhindern es ist eure aufgabe jetzt zu handeln und den weg für eine neue bessere welt in liebe und licht zu ebnen und ihr werdet ist sehr gut schaffen und durch euch wird die erde aufsteigen wir wissen dass ihr dies könnt denn deswegen seid ihr jetzt in dieser zeit inkarniert die sternen wesen sind sehr stolz auf euch und wir lieben euch bitte vertraut auf eure kraft ihr könnt alles schaffen wenn ihr es wirklich möchte und so senden wir euch den segen des lichtes zum abschied denn wir gehen jetzt in frieden im licht und sind dennoch in eurer nähe um euch immer wieder zu unterstützen kommen nun du in deiner eigenen geschwindigkeit wieder in dein hier und jetzt zurück bewege hände und füße und sei wieder ganz da ich bedanke mich für diese wirklich schöne kritische botschaft und ich wünsche mir dass er dadurch ganz viel hoffnung bekommen habt ganz viel kraft denn gemeinsam schaffen wir alles gemeinsam sind wir viel stärker und so freue ich mich auf das nächste video mit euch zusammen liked bitte dieses video und teilt es und wenn es euch gefallen hat und ihr mehr von diesen wichtigen botschaften erhalten möchtet dann abonniert meinen kanal bis zum nächsten mal